So liebe Leute, kurz bevor das Video losgeht, einmal ganz kurz für den Sober Oktober, während der Stream läuft, haben wir zwei Aktionen für euch, wenn ihr da Bock drauf habt. Einmal für MCI, einmal für Ola Kala. Bei MCI könnt ihr erstmal 14 Tage für free testen, wenn ihr Bock drauf habt. Plus ihr könnt mit dem Code SOBER20 nochmal 20 Euro sparen und bei Ola Kala gibt es den Code SOBEROKTOBER10. Da spart ihr nochmal 10% auf eurem Warenkorb, nur während dem Sober Oktober. Jetzt war es mit dem Gelaber, viel Spaß mit dem Highlight. So, wir gehen runter zum Wasser. Hey, mir fällt gerade auf. Das erkläre ich dir, weil ich euch sehe, wie ihr nicht besoffen seid, seid ihr alle aggressiv unlustig, Digga. Wenn Nico die 10 Millionen hat, wird es in die Türkei gehen zur Haartransplantation. Ne, das mache ich schon Anfang nächsten Jahres. Ja? Das sind keine Geheimratsecken mehr, Bro. Das ist das ganze NSA-Parkplatz da oben, ne? Ich finde, bei mir ist es gar nicht so schlimm. Ich mache das auch nicht, weil ich es unbedingt will. Ich mache einfach so, weil ich Bock habe auf was Neues. Ich habe Bock auf was Neues. Okay. Eine Sache möchte ich ganz kurz erwähnt haben. Das Jabata-Workout, was wir gerade gemacht haben, ist wirklich von der Intensität, was einen in so einen Bereich bringt, den man nicht gewohnt ist. Deswegen verklatscht es einen danach immer ein bisschen. Deswegen entschuldigt uns ein bisschen kurz. Man ist danach echt ganz kurz nicht mehr so richtig anwesend. Ey, Digga, dieser Fickse. Leider hast du mal wieder Videos hoch, ja? Anstatt ein Video hochladen, zwei Videos hintereinander und dann wieder drei Monate kein Video. Unregelmäßiger, unregelmäßiger geht's nicht. Ich muss wirklich sagen, meiner Meinung nach warst du hier und bist jetzt hier. Woanders. Das Ding ist, wir können mit dem Tretboot heute nicht so weit rausfahren, wegen Funk. Ne, nicht wegen Funk, wegen den Strömungen. Ne, also schwimmen und so können wir rausgehen ein bisschen, dann sind wir da, aber sonst haben wir keine Kamera und keinen Ton. Ja, wir können auch schon mal runtergehen. Aua. Aua. Ach, Digga, ich glaube, ich bin eine fucking Biene. Ah, oder eine Wespe getreten. Aua. Egal. Ah, okay. Wir haben hier verschiedene Boote, Tretboot und noch so ein Ruderboot und wir gucken jetzt mal, wie weit der Empfang es zulässt, dass wir hier noch streamen können. Zum Beispiel mein Internet vom Handy ist jetzt schon wieder los. Das war's. Ey, das ist wirklich ein Ferrari, ne? Das ist so krass. Wie ist hier gerade mit Piraten? Ist okay? Oder ist es viel gerade? Ist kein Problem momentan, ja? Digga, das ist ja wirklich einfach der LaFerrari. Wahnsinn. Ey, wirklich als Kind, was hätte ich dafür gegeben, so ein Grundstück zu haben mit so einem Ding? Das wäre ja so geil gewesen, ne? Oh mein Gott, sie sind so dumm. Bro, sie hat gerade hier mal in den Text geschrieben, die reden über Koks. Digga, übergezogen. Es geht natürlich um was ganz anderes. Was ist das für Steine? Digga. Was ist mit dir los? Was ist mit dir los, Digga? Was hast du denn, Bro? Hast du keine Hornhaut wie jeder normale Mensch? Hä? Digga, hier sind Glasscherben, Bro. Das sind Muscheln, Bro. Hier sind doch keine Glasscherben. Können wir damit rausziehen? Ey, nein, aber ich dachte auch, dass... Beim Ziehen geht es natürlich um... Hier kann man geisteskrank ziehen. Es geht um den sexuellen Akt der Liebe. Ich sag ehrlich, ich hab auch gedacht, dass das so schlechte Koks... Jo, Tim, weil du uns alle kennst, weil wir alle immer Koks nehmen, oder was? Wenn man euch nicht kennen würde. Ja, aber du gibst uns doch, Digga. Du weißt doch, dass wir keinen Koks nehmen. Hast du nie in deinem Leben gekokst, du? Äh, nee. Ich hab noch nie in meinem Leben gekokst. Nein, Chat, no bubbler. No cap, no cap, for real. No cap, 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 no cap. Ich mach erst mal die Basics. Und die Treibild ist auch geil, oder? Ja, einfach nur fürs Bild, oder? Für den Stream. Also, Chat, wie schlimm würdet ihr es finden, wenn man auf dem Tretboot kein Mic hat? Ja, dann zieh dich doch einfach hier hinter uns um. Ja, aber bei dem Kameramann, du hast schon auf alles gefilmt, ehrlich. Ja, ich wieg 80 Kilo. Oh, warte mal, wir haben keinen WLAN auf dem iPad. Revi, hast du ein Handy mit Chat, ja, oder? Ja, weil das iPad hat hier kein Internet. Ah, danke dir. Du hast auch Chat, Starlink mit aufs Boot nehmen. Ja, aber dann, also das macht ja gar keinen Sinn, weil die, also das Haupt, das Wichtigste ist ja, die Produktion ist im Haus. Geile Idee, aber Umsetzung wäre doch nicht so das Richtige. Nico, an was denkst du gerade? An die anstehende Insolvenz? Anstehende Insolvenz, hat er gesagt. Ja, Tretboot ist schon der Call eigentlich, ehrlich. Also. Können wir das Boot jetzt einfach reinschieben, mal bitte, weil die Sonne ist gleich weg. Ihr müsst aus dem Boot aussteigen, wir müssen es reinschieben. Ah, bitte aus dem Boot raus. Aber wir müssen das doch so machen. Habt ihr es denn erklärt? Ja, wir müssen doch Handys und so weg, weil irgendjemand muss runterrutschen. Ja, mach ich. Kannst du nicht auch rutschen? Ja, nee. Also ich gehe ins Wasser, hab ich... Aber kommst du wieder aus dem Boot? Nein. Doch, ich verstehe nicht genau, was du für eine Krankheit hast, ich weiß nicht. Können wir es rein schieben? Ja, lass mal reinschieben. Okay. Warte. Aua, meine Beine! Aua, meine Fisse! Aua, meine Fisse! Au, au, au! Au, 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 au! Stopp, stopp, stopp! Ah, ein bisschen Wasser. Ihr müsst es hier hinten anheben. Ah Ma, geh mal nach hinten anheben. Ich werde da überfahren, ich will da nicht gehen. Hier hinten anheben, das ist super. Ah Ma, geh mal nach hinten bitte anheben. Ich bin höchstens im Fahrer, hier ist es eigentlich. 28. Spalter. Kann ich jetzt rein? Nein. Kann ich jetzt rein? Du musst übers Wasser rein. Echt? Ja. Nein. Ah ja, Kameramann ist gut. Oh! Ich weiß nicht, ob jetzt ein bisschen zu kalt ist gerade. Wenn der mit der Kamera warten ist, dann sind wir gepinkt. Boah, ich glaube, ich geh nicht ins Wasser. Ich merke halt, wie kalt das wieder ist. Echt? Ey, Kameramann? Geht. Das Wasser ist nicht so kalt. Ey, 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 wo seid ihr? Und Lazzo ist so ein Foller. Jo, ich hab gerade die Javata-Träne gemacht. Warte mal, ich muss Nico noch nicht treten, ich hab eine Beine hier. Aua! Ist ja ultra-slow. Du, wie kannst du da hin? Bro, guck doch, wie es wohin steht. Äh, Oktoberfest hab ich. Ganz easy rein. Ey, könnt ihr mich am Steak abholen? Ja, ey, hol Sascha am Steak ab. Steuerbeck. Backport. Backladen. Backport. Backwerk. Rufport. Digga, in dem Boot wird der geisteskrank gezogen. Ja, jetzt rechts, Bro. Sascha, beeil dich! Jetzt. Warte, was dein krasses Taxi. Ey, Lazzo, soll ich fahren oder willst du? Ich fahr, ich fahr. Sag mal, du musst annehmen, ne? Ja, über die Rutsche, komm. Du musst runter jetzt, komm, das ist halt dagegen. Sascha, beeil dich! Halt fest! Warte, wir kommen noch ein bisschen nach vorne. Bro, kann ich da draufstehen jetzt? Ja, ja. Seid ihr sicher? Seid ihr nicht so abrutscht? Aber wenn, dann entscheide dich jetzt, Bro. Ja, fahr mal weiter nach vorne. Rückkehrs. Ey, das ist ein krasses Taxi. Das funktioniert besser als ich dachte, Digga. Ey, lass mal jetzt über 300 Meter rausfahren. Und vor allem rückwärts. Lass mal Tim totfahren. Alter, Jungs, wir sind auf dem Feld. Ey, das ist echt geil. Ich hätte nicht gedacht, dass der Bodensee so klar ist, oder? Oh, was habe ich hier mitgenommen? Ist das eine Qualle? Ne. Qualle? Eine Qualle. Ne, jetzt keine Qualle, oder? Autobus! Kurze Wände. Ey, das ist ja anders gechillt, Digga. Ja, übegeil. Ey, ich wusste ja auch gar nicht, dass der Bodensee so klar ist. Guck dir mal Tim an. Tim auch richtig in seinem Element. Das ist voll geil. Ey, das hat echt ein Wide, Mann. Ja. Das hat echt ein Wide. Vor allem, wir könnten jetzt auch in die Schweiz fahren. Sind wir noch live? Wir sind, glaube ich, noch live. Wir hatten nichts gegenseitiges gehört. Was machst du denn? Ich schaue zu Tim. Nein, wir fahren auf die hohe See raus. Auf die hohe See. Du hast keinen Fangwert da draus. Wirklich? Nein, sie bist tot. Warte, sie guckt, sie gibt doch kein Zeichen. Erst wenn sie ein Zeichen gibt, ist er live. Alles gut. Alles clean. Alles clean. Dann fahren wir rechts. Bro, die Aussicht ist so geil, Mann. Wirklich. Aber auch das Haus sieht auch irre aus. Ja, ist gar nicht so hässlich, ne? Aber wir sind alle ein bisschen älter, ne? Sebastian, ein bisschen Geld investieren am Bodensee, wie wärs? Na fahr mal, Tim. Ich hab hier schon mehrere. Ach so, okay. Sorry. Soll ich euch tanken? Tim, hast du gerade das selbe Gefühl wie im Sommerurlaub bei dir? Schon geil. Montenegro, ne? Ja. Das ist genau das Gleiche. Ey, das Shifteint sieht auch riesig aus, ne? Bro. Ey, ganz ehrlich, meinst du holen das ein? Warum ist das Shifteint so groß? Also, was ist das hier für ein Verkehr? Ja. Und ich glaub, für den Bodensee braucht man sogar ein extra Dinger. Ich glaub, wir würden es schaffen, mit dem Ding rüberzufahren, ne? Ja, easy, Bro. Easy. Easy, Bro. Ja, easy würde ich nicht sagen. Doch, na klar. Warte mal. Wie weit wir jetzt schon von uns entfernt sind. Ey, wollen wir mal morgen einfach zum Aufstehen rüberfahren? Ey, was gibt's alles am Bodensee? Ich hab keinen Chatleiter dabei. Es gibt die Lindau-Insel, richtig? Kennst du dich hier aus? Ne. Du kennst dich gar nicht aus. Ja, die gibt es? Lindau-Insel. Wir können da hinfahren. Wir könnten in die Schweiz fahren, richtig? Richtig? Wir könnten in die Schweiz oder nach Österreich fahren. Ja. Sie grenzt alles am Bodensee an. Ich brauche dich auch in der Nähe, Nico. Ach ja, also man muss schon ganz klar sagen, es ist eine Idylle. Aber eine Sache geht mir gerade gewaltig gegen den Strich. Amar? Und zwar, dass ihr in der Sonne seid. Ach so. Amar, ich sag dir ganz ehrlich, Amar ist vom Grunding her ein korrekter Typ. Der hat schon ein paar korrekte Ansätze, ehrlich. Auf jeden Fall. Man kann. Also, er könnte korrekt sein. Ja, ja. Sascha, echt der dünnste Toast, den man kennt. Bro, jedes Toast zum Frühstück ist dünner. Holy shit, man. Ja, Sascha, lass mal ein bisschen den Chat. Ja, ich hab jetzt den Chat. Danke dir fürs Handy. Auch vorher, so diese Kommentare immer zu der Figur von Leuten. Digi, sorry, Alter, wusste jetzt auch nicht, dass hier, keine Ahnung, Arnold Schwarzenegger der Zweite im Chat ist. Ehrlich, hier geht alle ins Stream. Ich freue mich für euch. Ausbezeichnen, olakala. Könnt ihr euch noch ein paar Tanktops mitnehmen? Ja, ich hab auch. Sorry. Sascha denkt sich jetzt ein... Nein, 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 nein. Vor mir, das ist so cringe. Jetzt sagen wir jetzt ein Käfenbecker. Ja, ja. Hier ein Käfenbruder. Nein, vor allem, das Schlimme, das ist ja nicht cringe, aber so, keine Ahnung, so damit nimmt man so vielen Leuten auch die Motivation oder auch vielleicht, keine Ahnung, auch so das Selbstbewusstsein, auch die im Chat, die ins Gym gehen wollen, einfach, keine Ahnung, die einfach dünner sind. Aber ja, so ist es halt, ne? Kannste nichts machen. Internet, alle zu Hause sind immer die krassesten, die schlausten und so. Ey, warte mal. Jetzt seid ihr... Lasst uns aber so drei Minuten Schichten mit der Sonne einlegen. Jetzt habt ihr drei Minuten... Ich verbrenne es direkt. Nein, ich verbrenne nicht. Ehrlich. Ich hab ja auch gerade, da steht das dünnste Toast. Ich freue mich schon aufs Abendessen, Digga. Ja, wir drehen, wir aufs Abendessen. Natürlich. Darf ich mal mit der Kamera einfangen? Willst du was mit der Kamera sagen? Darf ich mal die Kamera? Chat, ich bin Kameramann. Ich bin Kameramann. Okay. Ich hab's. Hä? Aber wo sehe ich denn alles? Willst du noch jemanden grüßen? Meine Mama. Die Mama ist gegrüßt. Weiß ihr was? Ich drehe mich mal um. Kamerakind Sascha, was geht ab? Alter, warte mal. Ich hab grad übelst... Dreh dich nochmal? Das ist übelst die schöne Aufnahme. Glaub nicht, ne? Also wenn die im Chat jetzt nicht sagen, dass es etwas schön ist. Ehrlich jetzt, also ich kann schon verstehen, warum man hier wohnen wollen würde. Lazo? Ja. Guck dir die auf. Ja, okay, das ist nicht so schön. Das ist... Ey, ich sag ganz ehrlich, es ist wirklich wie Laggio di Como hier. Laggio di Como warst du mal? Laggio di Como, sehr, sehr schöne See. Laggio di... Maggiore? Laggio di Maggiore, oder? Warte mal, soll ich kurz Chat die Rutsche POV geben? Chat wollt die Rutschen gehen? Hoffentlich geht die Cam nicht verloren. Wie kommt meine Frisur? Warte. Wie findet ihr meine Frisur? Ich auch. Die kommt krass, Bro. Zu schnöselig, oder schon gut? Gut, die kommt heftig, Bro. Danke, Bro. Ey, aber die Leute müssen jetzt einmal so dieses Rutsch-Feeling doch haben, oder nicht? Sebastian, was sagst du? Oh, das krieg ich nicht mehr drauf. Was heißt Wicked? Wicked ist das Emote mit der Brille. Was heißt das? Jetzt links, Sebastian. Was heißt Wicked? Ja, das ist so eine Brille, wenn was krass war. Ey, film mal, wenn wir jetzt über Tim Gabel fahren. Ja. Warte. Nimm den mit. Nimm den mit. Willst du reinkommen? Na? Willst du reinkommen? Ja, warte. Am besten gehst du hinten oben rein, Bruder. Ja, hinten ist doch so eine Leiter, oder? Na, ist gut, ich komm. Pass auf, Bro, wir überpaddeln dich. Was hast du gerade hier gemacht? Was? Ey, ich bin so einfach... Schon kalt. Aber ist geil, ne? Will jemand mal rein? Ey, woher kommen sie ganz Zeit, Berlin? Ey, ich schwöre, Bodensee sieht aus wie so eine große Hitman-Map. Ist das Autofokus eigentlich? Ja. Ach, und ich drehe hier rum wie ein Idiot. Guck mal kurz nochmal hoch. Ey, aber in der Kamera sieht es so aus, als würde ich übelst aussehen wie der letzte Depp. Oder? Ja, ist von der Kamera, Bruder. Ja. Warte, ich lebe gleich. Warte, Sebastian, und du? Ey, Tim, du siehst gerade aus wie ein Geschenk Gottes Adonis, Alter. Der Allerechte. Haha! Nico! Wo ist Amar eigentlich? Wo fährst du denn hin? Ich glaube, der ist seine Rauchen gegangen. Kann man das Haus filmen von hier so? Ja, ja, ja. What the fuck? Das ist gerade mein Workout, die Cam, ne? Ey, das ist schon ein krasser Vibe aber gerade. Wart ihr schon mal aktiv am Bodensee? Ja, ich war da früher im Zeltlager. Wirklich? Ja. Okay. Ich weiß nur nicht, wo kann ich die Cam wieder geben? Ich glaube, meine Bilder sind so wackelig. Die haben einen riesen auflastbaren Schwan. Wir brauchen den. Ey, ich sag euch ehrlich, gestern hätten wir hier Band kassiert, weil ich war genauso im Wasser. Selbe Uhrzeit für 24 Stunden. Auf einmal spawnen der nacktes Ehepaar. Ey, wollt ihr schwimmen gehen? Ey, was wollt ihr denn machen? Ich bin morgen schon. Ja, okay. Morgens? Ja, aber schon. Ich sag euch, es ist richtig geil. Es ist echt kalt. Die Cam, die Cam, die Cam. Warte, warte, warte. Bin wieder drin. In meinem Element. Jo, was geht ab, Digga? Zeig nochmal Oberarm. Warte, hast du mich so im Seitenlicht von der Abendsonne? Ja, ja, warte, warte. Ich hab dich, ich hab dich. Ich hab... Alter. Dog, man. Holy shit. Ey, Juri, du lässt mich an diesen kleinen Spass der Taft durchgewacht. Ey, stimmt. Lass mal kurz Taft hier nachstellen. Ja, 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 warte, warte. Was hab ich gesagt? Ja, hier, Panette Mädels. Panette Mädels, heh heh. Nochmal, warte. Mit klaren Sauf, hier meine Videos. Ja, hier, Panette Mädels, heh heh. Nee, heh, heh, dreimal. Nee, du weißt es besser nicht. Ja, Panette Mädels, heh heh. Hey, Jungs. Hey, Digga, Tim, bester Echter, Digga. Ich kann mich selber auch nicht echten, ich kann nicht echten. Oh, die Steine, oh, oh, die Steine! Hauptsache wieder geschrien. Ist das ein Joke, dass der noch nie am Meer war oder schwimmen war? Oder ist das ernst? Ey, der sieht so krass aus. Wie lange denkst du Kriegi? Vierer? Digga, du bist das erste Mal, dass wir zusammen sind auf so einem Trip. Ja. Vierer, Tim? Schlimm. Schau nochmal. Ey, lass du werfen auch mal ein paar Steine. Willst du mal kurz sehen, wie weit ich das Ding katapultieren kann? Ja. Ich seh jetzt vor mir keinen Schwimmer. Nicht klippern, werfen. Also weit werfen. Okay, warte, ich halte die Kerne mit der Ferne, ja? Kerne mit der Ferne. Ja, so weit war das auch nicht. Ne? Ne. Was ist das für eine Spinne? Wo? Schaut mal. Die da. Siehst du die? Warte, Spinnenwarnung? Triggerwarnung? 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 Digga, lass doch die Spinne. Ey, flippen wir nochmal hin? Drei? Drei? Nee. Warte, ich geb nochmal die Kerne. Ich geb auch nochmal einen. Oh, der war gut. Das war ein Fünftiger. Ey, Junge. Der ist übel smooth, man. Der ist irgendwie von dem ganzen Stein. Warte. Nee, zwei nur. Ey, Digga. Kannst du auch nicht... Ey, den hier, Sascha. Yo. Oh, das ist nicht vom Haus irgendwas. So, der wird nicht einmal. Nicht einmal. Oh. Weltrekorde. Mal ruhig, ist aber Spaß. Nichts.